Ja, und jetzt Musik. Wir haben hier einen Sänger, der hat anderthalb Jahre Pause gemacht und an seiner Solo-Karriere gebastelt. Er hat sich getrennt, oder beziehungsweise Modern Talking hat sich vor anderthalb Jahren aufgelöst. Hier ist Thomas Anders mit seiner ersten Single One Thing. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020